Ich bin heute hier bei Insie-Geschäft und wir machen gerade Geschenkskörbe. Wir machen schon seit einigen Jahren für renommierte Südtiroler Firmen Geschenkspräsente. Wir machen Körbe und füllen sie liebevoll mit Südtiroler und italienischen Spezialitäten. Aber wir machen auch andere Sachen, Kleinigkeiten. Was mich besonders freut, dieses Jahr habe ich ganz neu, das ist eine tolle Firma, die macht wunderbares Porzellaten, schön bunt und das tun wir mit Schokoladen oder mit Keksenfüllen zum Beispiel. Und so machen wir halt verschiedene große und kleine Geschenkspräsente. Aber es sind nicht nur Firmen, die bei uns einkaufen kommen, sondern es kommen auch ganz viele Einzelpersonen zu uns und da nehmen wir uns dann auch die Zeit und tun mit ihnen spezielle Geschenke zusammenstellen und sind behilflich bei der Auswahl der Produkte für die wichtigen Personen, die das Geschenk noch erhalten sollen. Auch was mich besonders freut, so den größten Teil von den Paketen haben wir schon hinter uns. Und jetzt habe ich noch Zeit, unser Heiligabend, unser Weihnachtsessen, das Menü zusammenzustellen. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr werde ich unser Menü im Blog einstellen und dann die ganzen Rezepte dazu und natürlich die Weinempfehlung. Und ich würde mich freuen, wenn es für den einen oder anderen vielleicht eine Hilfe ist. Und ich freue mich einfach auf Weihnachten und ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ruhige und erholsame Verrollentäger. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth Pfestl.